Die versuchen freie Meinung auf allen Ebenen zu bekämpfen und das ist auch ein Thema, was ich heute mit euch zusammen ansprechen wollte. Ich wollte heute auch ein bisschen auf das Thema Russell Brand eingehen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Wer von euch kennt Russell Brand? Russell Brand auf jeden Fall. Ein starker Typ, wie Russell Brand auf jeden Fall an der Stelle. Du weißt ja ganz genau, wie das läuft. Und ich hab mir gedacht, wir gehen da mal rein, wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns mal an, was da passiert, Bro. Ich hab gestern auf Instagram schon so einen Clip von Andrew Tate geteilt, wo der auch über diese Sache redet. Den ziehen wir uns als erstes mal rein, beziehungsweise für alle Leute, die Russell Brand nicht kennen. Wir können ja einfach mal auf Wikipedia Russell Brand eingeben, mal gucken, was die schreiben. Wer er ist, er ist ein Schauspieler und Comedian aus England, glaube ich. Russell Edward Brand, Komiker, Moderator, Sänger, Schauspieler, Autor und politischer Aktivist. I like that. So sieht der Kollege aus. Den habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, oder? Also ich kenn ihn auf jeden Fall aus Filmen, glaube ich sogar. Der ist auf jeden Fall Comedian, Moderator, Musiker, dies, das, bla. Und hat dann auch um die Zeit 2020 rum, wo die Pandemie um die Ecke gekommen ist, war auch einer von den Kandidaten, der als die Pandemie begonnen hat, glaube ich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen hat, auch das System so zu kritisieren, diese ganzen Corona-Maßnahmen zu kritisieren, auch zu kritisieren, wie wir mit dem Russland-Ukraine-Konflikt umgehen in den Mainstream-Medien. Und der Bruder wird jetzt gerade auch attackiert. Wir gucken uns mal ganz kurz das Reels-Video an, was ich gestern geteilt habe. Dann gucken wir uns nochmal die Berichterstattung gerade an, was da so die Vorwürfe sind. Und dann gucken wir uns noch ein Video an von ihm selbst, wo er drauf eingeht. Und wir geben natürlich unseren Senf da auch mit zu ab. Schon krass, dass es aktuell immer die Leute sind, die gerade die Pandemie kritisieren, die Impfkampagne kritisieren, den Konflikt Russland-Ukraine kritisieren, die für Freedom of Speech stehen, die sagen, dass jeder alles sagen dürfen muss. Ohne dafür attackiert zu werden. Das sind genau die Leute, die gerade attackiert werden. Und das solltet ihr euch hellhörig machen, meine lieben Freunde. ...dollars of profit every second from the COVID-19 vaccine. More than two-thirds of Congress received campaign funding from pharmaceutical companies in the 2020 election. Pfizer chairman Albert Baller told Time magazine in July 2020 that his company was developing a COVID vaccine for the good of humanity, not for money. And of course Pfizer made $100 billion in profit in 2022. When it came to the profit, they took the profits. When it came to the funding, you paid for the funding. If you have an economic system, in which pharmaceutical companies benefit hugely from medical emergencies, where military-industrial complex benefit from war, where energy companies benefit from energy crisis, you are going to generate states of perpetual crisis, where the interest of ordinary people separate from the interest of the elite. Total. Bester Mann, ich schwör's dir. Und diese Menschen werden attackiert, die eigentlich für uns kämpfen. Die eigentlich dafür kämpfen, dass wir unsere Meinung frei äußern dürfen. Die versuchen, Leute aufzuwecken. Die versuchen, den Leuten zu sagen, wie die Industrie, wie die Politik und wie die Welt funktioniert. Und dass die nicht das Interesse daran haben, dass es uns gut geht. Und vor allen Dingen, auf was für eine eklige und einfache Art und Weise diese Menschen attackiert werden, das ziehen wir uns jetzt mal kurz rein. Es sind immer wieder die gleichen Vorwürfe. Weißt du, was ich meine? Es wird einsam um Russell Brand. Gegen Komiker Russell Brand werden schwere Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens erhoben. Er bestreitet zwar alle Anschuldigungen, doch sein Umfeld geht zusehends auf Distanz. Nicht nur Buchprojekte und Shows werden gestoppt. YouTube dreht den Briten auch den Geldhahn zu. Das heißt, YouTube hat jetzt offiziell seinen Kanal demonetarisiert. Er kann kein Geld mehr mit den Videos verdienen. Ich glaube, er kann trotzdem noch Videos hochladen. Aber die haben ihm die YouTube-Partnerschaft einfach weggenommen. Und es sind immer wieder diese sexuellen Fehlverhaltensvorwürfe, die gegen diese Menschen erhoben werden. Und das Krasse dabei ist ja, dass es einfach nur reicht, dass ein paar Mädels nach vorne kommen, meistens nach Jahrzehnten, die sagen, dass er damals irgendeine Scheiße mit denen getrieben hat. Und das wird in den Medien so groß gemacht, dass sein Ruf, was diese Sachen angeht, auf jeden Fall jetzt schon versaut ist. Es wird auf jeden Fall, egal ob das wahr ist oder nicht, wird es auf jeden Fall Menschen geben, die ihn jetzt in dieser Schublade drin haben, dass er irgendwie sexuelles Fehlverhalten gegenüber Frauen an den Tag gelegt hat. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch so eine ekelhafte Aktion. Diese Attacke ist einer der ekelhaftesten Attacken. Weil es steht nicht fest, keiner kann es bis jetzt beweisen. Aber sein Name ist schon im Dreck. Weißt du, was ich meine? Sein Name ist schon im Dreck. Selbst wenn sich das auflöst, wird es Menschen geben, die daran glauben, dass er so ein Typ ist. Und das ist einfach, ich finde das crazy, Alter. Seit Tagen steht der Britte Russell Brand wegen angeblicher sexueller Vergehen am Pranger. Nun haben die Vorwürfe auch spürbare Auswirkungen auf seine Karriere als YouTuber, Autor und Stand-up-Comedian betroffen. Betroffen sind etwa seine aktuelle Tour durch Großbritannien, eine Buchveröffentlichung im Dezember und die Verdienstmöglichkeiten über seinen YouTube-Kanäle. Also das ist einer der einfachsten Attacken, die man auf einen Menschen machen kann. Und das ist halt, auf einen Mann vor allen Dingen machen kann. Und das ist halt, ey, ich finde das so faszinierend, wie das auch immer wieder das Spiel sich wiederholt. Immer wieder. Und alle Leute, die in der letzten Zeit attackiert wurden, das waren Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen geschossen haben, die kritisch gegenüber diesem Krieg stehen, die Anti-Establishment unterwegs sind, die für Freedom of Speech stehen, die für Aufklärung stehen, diese ganzen Sachen. Und die Leute werden hart attackiert von A bis Z. Erkennt man da nicht ein Muster? Erkennt ihr da nicht ein Muster, Freunde? Seid mal ehrlich, Alter. So, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt nochmal das Video rein von Russell selber. Sowas, da will ich mich auch für einsetzen. Das ist eine Sache, wo ich sage, Alter, da muss man auch seinen Mund gegen aufmachen. Und da muss man auch was zu sagen, weil das nimmt Überhand so. Das nimmt Überhand. Und ich bin ein Mensch, der für Freiheit steht, der 2020 sich selbst hingesetzt hat und seine Karriere riskiert hat, in Anführungszeichen, für die Freiheit der Menschheit eigentlich am Ende des Tages. Und wenn diese ganzen Menschen bekämpft werden und wenn es keine Leute in der Öffentlichkeit mehr gibt, die versuchen, Dinge aufzuklären, die Anti-Establishment, Anti-Pharma, Anti-Waffenindustrie, Anti-Krieg und für Miteinander stehen, wenn die alle bekämpft werden und wenn die alle eliminiert werden, dann sind wir verloren. Es muss Menschen geben, die ihren Mund aufmachen und die sich trauen, ihren Mund aufzumachen. Und ich finde es krass, wie diese Leute immer wieder attackiert werden. Und es war schon früher so, das ist jetzt so und es wird immer schlimmer in Zukunft, glaube ich. Und deswegen, wir machen weiter. Wir halten unsere Schnauze nicht. Wir geben Gas, Freunde. Wir geben Gas in die Richtung. Ich schwör's dir. Hier ein kleiner Tipp für alle Leute, die eventuell englischen Content reinziehen wollen, aber kein Englisch können. Einfach hier auf Einstellungen, Untertitel, automatisch übersetzen und dann kannst du Deutsch auswählen und dann könnt ihr das auch verstehen. Hallo, da ihr Awakening Wonders. Das ist nicht der übrige Video, das wir auf diesem Channel machen, wo wir kritiken, attacken und die News in all ihrer Korruption verhindern. because in this story, I am the news. I've received two extremely disturbing letters, or a letter and an email, one from a mainstream media TV company, one from a newspaper, listing a litany of extremely egregious and aggressive attacks, as well as some pretty stupid stuff, like, uh, my computer... Warum schicken die denn ein Brief vorher, Bro? Warum... was? Der hat einen Brief von Media Companies und von mainstream Medien bekommen? Unifestival should be stopped that I shouldn't be able to attack mainstream media narratives on this channel. Amidst this litany of astonishing, rather baroque attacks are some very serious allegations that I absolutely refute. These allegations pertain to the time when I was working in the mainstream, when I was in the newspapers all the time, when I was in the movies and as I've written about extensively... Und es soll angeblich in dieser Zeit passiert sein. 2006 hatte einer geschrieben gerade. Guck mal, die... Ich sage, so wie es ist, Leute, die gegen das Establishment schießen, so, die versuchen aufzuklären. Bei denen wird einfach geguckt, was können wir finden aus der gesamten Vergangenheit, um diesen Typen zu diskreditieren und eine Schmutzkampagne zu starten. Das ist, wie die vorgehen. Die gucken sich das an. Okay, der attackiert mainstream Medien, der attackiert die aktuellen Narrative, der nimmt kein Blatt vor den Mund, der lädt Leute ein, die gecancelt wurden, wie zum Beispiel Tucker Carlson haben die ein Interview gemacht, zum Beispiel. Und dann wird einfach in deren Vergangenheit so lange rumgestöbert, bis irgendwas gefunden wird. Weißt, wie ich meine? Promiscuity. Die Relationships, die ich hatte, waren absolut immer konsensual. Ich war immer transparent über das dann. fast zu transparent. Und ich bin transparent über das jetzt auch. Und um diese Transparenz zu etwas kriminelles, das ich absolut nicht verabschiede, macht mich eine Frage, ist es noch eine andere Agenda zu spielen? Besonders, wenn wir vorher koordinierte Medienattachen gesehen haben, wie mit Joe Rogan, wenn er eine Medizin hat, die die mainstream-mediener nicht verabschieden hat. So, Joe Rogan lädt jemanden ein, der impfkritisch ist. Am nächsten Tag kommen tausend Videos raus, die versuchen, den Mann zu diskreditieren. So, weißt du? Es ist immer wieder dieselbe Scheiße. Ah, Leon, vorsichtig. Ich bin nicht vorsichtig, Bro. Ich sag, was ich denke. Wenn du nicht der Meinung bist, dann ist auch okay. Aber ich sag das, was ich denke und fühle so. Und ich setz mich für diese Leute ein, die meiner Meinung nach nicht berechtigt attackiert werden, weil sie ihre Stimme erheben für uns, für die Menschen. Manchmal kannst du dich auch täuschen. Woher willst du das wissen, wie er privat ist? Ja, Digga, und? Trotzdem kann ich doch sagen, was ich fühle, was ich denke, oder? Ich habe keine Angst davor, Bro. Und dann habe ich mich getäuscht. Und dann? Was ist dann daran so schlimm so? Jeder Mensch täuscht sich mal. ...that you guys have been saying in the comments for a while. Watch out, Russell. They're coming for you. You're getting too close to the truth. Russell Brand did not kill himself. I know that a year ago there was a spate of articles. Russell Brand is a conspiracy theorist. Russell Brand's right wing. I'm aware of news media, making phone calls, sending letters to people I know for ages and ages. It's being clear to me, or at least it feels to me, like there's a serious and concerted... Ich setze mich für das ein, wo ich das Gefühl habe, das ist gerecht. Ich gehe natürlich auch ein bisschen nach Verstand, aber mainly nach Gefühl. Das habe ich auch damals gemacht, als ich mich ins Treppenhaus reingesetzt habe und gegen Corona beziehungsweise gegen diese Maßnahmen, die da mit einem hergegangen sind, gekämpft habe mit allem, was ich habe. Weißt du? Das habe ich gemacht, weil ich das gefühlt habe. Ich habe gefühlt, da läuft irgendwas ab, was gegen die Menschheit geht. Und dann habe ich mich dahingesetzt und habe das erzählt, was ich gefühlt habe. So hätte sein können, dass ich nicht richtig liege, aber ein paar Jahre später betrachtet, habe ich wieder gesehen, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann. Weißt du, was ich meine? Und selbst wenn mein Gefühl mich mal täuscht, was es nicht tun wird, weil ich bin einfach in touch mit meinen Feelings und ich weiß, fühle was richtig und was falsch ist. Weißt du? Und selbst wenn man sich irgendwann mal täuscht, dann ist es auch menschlich. Weißt du? Dann ist es auch menschlich. Aber ich finde, wir sollten uns nicht zulassen, dass wir nicht mehr auf unser Gefühl hören. Dass wir nicht mehr zulassen. Also es gibt ja Menschen mittlerweile, die einfach immer das vertrauen, was in den Medien abgeht. Immer dem Narrativ folgen und dann sagen, das ist das Richtige so. Und die würden dem Narrativ folgen, selbst wenn die fühlen, dass es nicht richtig ist. Und dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir 100%ig steuerbar und kontrollierbar sind. Wenn wir nicht mehr auf unser eigenes Gefühl hören und das, was wir denken, unseren logischen Menschenverstand, sondern nur noch die Dinge übernehmen, die irgendein anderer uns versucht einzutrichtern den ganzen Tag so. ...to control these kind of spaces and these kind of voices. And I mean my voice along with your voice. I don't mind them using my books and my stand-up to talk about my promiscuous, consensual conduct in the past. What I seriously refute are these very, very serious criminal allegations. Also, it's worth mentioning that there are witnesses whose evidence directly contradicts the narratives that these two mainstream media outlets are trying to construct, apparently in what's to me to be a coordinated attack. Now, I don't want to get into this any further because of the serious nature of the allegations, but I feel like I'm being attacked and plainly they are working very closely together. We are obviously going to look into this matter because it's very, very serious. In the meantime, I want you to stay close, stay awake, but more important than any of that, if you can, please, stay free. Boom. Boom. Free Russell Brand, bro, ich fähr's dir. Und ich find's immer wieder faszinierend, wie die arbeiten so und dass da alle an einem Strang ziehen so. Alle mainstream Medien, alle mainstream Medien berichten gerade schlecht über diesen Mann. Alle. Ausnahmslos. Es gibt kein mainstream Medium, was sagt, ja, lass uns mal den Ball flach halten, es steht noch nicht fest, dass der irgendwas wirklich getan hat oder so. Nein. Alle nehmen diese Vorwürfe, und packen die in ihre Headlines rein. Vergewaltiger, sexual abuse, bla bla bla. Die nehmen diese Sachen und packen die in die Headlines rein. Und das alleine ist schon, das ist ein so heftiger Angriff, weil, wie ich vorhin schon gesagt hab, es wird immer Menschen geben, selbst nach Jahren, die noch denken, dass der so ein Typ ist. Das geht nicht einfach so weg. Und meistens ist es auch so, dass wenn sich rausstellt, dass das nicht stimmt, dann wird es keinen Bericht mehr geben. Dann wird es kein Mainstream Medium mehr geben und da werden nicht alle an einem Strang ziehen und die Headlines wieder vollpacken mit Russell Brand ist unschuldig, Russell Brand ist unschuldig, Andrew Tate ist unschuldig. Das gibt es dann nicht. Das wird dann irgendwo auf einer B-Seite klein unten in die Ecke reingepackt und das war es dann so. Der Name ist kaputt. So, im Mainstream auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl halt, dass immer mehr Leute aufwachen und es verstehen und die Community in der alternativen Szene immer größer wird und die sich eh davon nicht beeindrucken lassen. Weißt du? Das war das Thema Russell Brand. Das war für mich wichtig. Das wollte ich hier auf jeden Fall im Stream mit euch behandeln. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Schreibt mir gerne rein, was ihr dazu sagt. Auch auf YouTube. Ich werde es bestimmt hochladen. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Ja, wir werden den Fall weiterverfolgen. Wir werden gucken, was passiert. Wir werden gucken, wie die vorgehen. Und ja, nur Liebe an euch. Ich küsse euer Herz. Schön wach bleiben. Lasst euch nicht verarschen.